Das eine, was wir tun, ist, wir sorgen dafür, und das ist das Entscheidende, wir sorgen dafür, dass die Wärme, die in der Zelle generiert wird, maximal effizient nach außen befördert wird. Dazu werden die Zellen in unisoliertem Zustand, Sie sehen hier die metallische Farbe, in der Matrix integriert. Die rote Matrix hier, ein hochdichtes BE, hat eine ganz wichtige Rolle. Die sorgt dafür, dass die Wärme, die in den Zellen entsteht, sehr, sehr gut nach außen geleitet wird. Wir haben eine neue Zellverbindertechnologie entwickelt. Sie sehen hier diese Kupferflächen, das sind die sogenannten Zellverbinder, die die einzelnen Zellen verbinden. Die werden durch ein dickes Kupferblech hergestellt. Wir haben dazu eine neue Fertigungstechnologie entwickelt. Diese Kupferzellverbinder werden lasergeschweißt. Das ist eine Technologie, die nach unserem Kenntnisstand nur in unseren Werken verfügbar ist. Der Prozess ist Laserschweißen, hochautomatisiert, hochexakt. Und dies alles bedeutet ein hervorragendes Thermomanagement. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich über verschiedenste Medien ein direktes Feedback vom User bekommen. Das wesentliche Instrument, wir nennen es intern User Experience, das wir verfolgen, ist, wir befragen den User gezielt. Das heißt, unser Vorgehen ist, wir entwickeln ein Produktkonzept, wir entwickeln technische Muster. Muster, die die Eigenschaften der Batterie zeigen und erfahrbar machen. Und mit diesen Mustern gehen wir zu ausgesuchten Usern, zeigen das Produkt, zeigen die Performance, holen das Feedback ein. Und dieses Feedback geht ganz, ganz wesentlich in die weitere Konstruktion, in die iterative Konstruktion, Verbesserung des Produktes ein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.